Moin, willkommen zu einem kleinen Rundgang durch den Chemnitzer Hauptbahnhof. Hier gibt es sowohl Gleise, die an einem Querbahnsteig enden, als auch durchgehende Gleise. Wo kann man so schön die Nachtkriegsneubauloks der Deutschen Reichsbahn und der Deutschen Bundesbahn gemeinsam sehen. Und auch eine grüne 241 steht heute hier. Ein paar Ansichten von den durchgehenden Gleisen. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Der RE nach Hof fährt ab. Der nächste RE aus Hof kommt an. Die Bahnsteige an den durchgehenden Gleisen führen weit aus der Halle hinaus. Sie werden zurzeit aber nicht in ihrer vollen Länge genutzt. Der Regionalexpress aus Leipzig kommt an. Die Bahnsteige an den Gleisen Die Bahnsteige an den Gleisen Die Bahnsteige an den Gleisen Das ist unter dem Namen Chemnitzer Modell bekannt. Einige Züge verkehren auch mit Dieselantrieb auf nicht elektrifizierten Strecken. Die Bahnsteige an den Gleisen Die Bahnsteiggleise für die Straßenbahn bzw. Chemnitzbahn oder Citybahn liegen im Gefälle, da sie zugleich auch zum Bahnhofsvorplatz hinunter führen. Die Bahnsteige an den Gleisen Die Bahnsteige an den Gleisen Die Bahnsteige an den Gleisen Pentag Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der Regionalexpress fährt wieder nach Leipzig und ich sag Tschüss und bis zum nächsten Mal!